Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der First WG. Heute mit dabei Bayerwald EP, Bina und Andrina. Hoi hoi. So, ähm, ja in der letzten Folge hatten wir die Höhle so halb erkundet und jetzt wollen wir mal Richtung Glory Hole gucken. Das müsste eh die Dings sein da hinten mit dem Hämmerchen. Ja. Pilze, Pilze. Also ihr wollt jetzt, dann geht doch mal einer vor bitte. Ich renne schon. Jutz, wir fallen dir. Weiß ich, wie ist denn ein Dorf? Können wir doch unterwegs looten? Ja, guck mal, hier liegt einer. Ach, hi Freund. Ach, hier waren wir schon. Hier ist unser Baumhaus. Ja. Ach. Und da steht ein Penner. Da steht ein Penner. Ja, da kommt er zum Bayerwald. Der fällt Bayerwald an. Ah, ich will hier auch. Ich guck mal kurz, was hier noch ist. Ach, der ist doch ein Köfferchen. Den nehmen wir doch mit. Ui. Ja, Fraggle, guck dich. Das sind ganz viele. Alter, ja, das sind ganz viele. Oh, ich geh aber auf. Ich renne einfach weiter. Ich renne einfach weiter. Ihr habt den Jackpot. Ähm, ich geh mal auf unseren Aufsichtspunkt. Hoch, ey, ich wollte da hoch und du haust mich, du Arschloch. So. Bringt nimm die woanders mit hin. So. Die kommen auf dem Dach hoch. Wo ist das Glory Hole? Also Richtung Hammer nicht. Ne. Aber irgendwie nach rechts, vom Hammer aus nach rechts, auf der anderen Seite vom Teich müsste es irgendwo sein. Da, wo Mina grad rennt. Ja. Bin dafür, wir sprinten einfach mal in die Richtung. Ja, dann lauf mal vor. Ich komm hinterher. Ganz vielen Seilen. Boah, hier voll durch den Fahren. Aua, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Aua, ha, 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 ha. Was machst du denn? Ich bin bei Mina. Mach dir denn da hinten. Keine Ahnung, was er da veranstaltet. Hi. Hallo Mina. Helfe, ich brauche hier mal Hilfe. Ich bin gleich tot. Ich bin so rot. Denn weg. Ich schwimme noch schon. Ich würde sagen, irgendwo da hinten ist Glory Hole. Mal hinter dir ist niemand. Gut. Ja, dafür sind hier vorne am Strand. Ach Gott. Doch, hinter mir ist jetzt wieder einer. Da kommt halt zu mir. Ja, ich bin bei dir. Ah, ich höre sie. Hast alles mitgebracht. Echt? Ja. Aua. Au, oh Gott, das will. Ey, Alter, wie schnell sind die denn? Ich bin gerannt. Renn weiter. Ja, ich renne auch mal hinter euch her. Hilfe. Irgendeine dieser drei Hütten ist mit Sicherheit das Glory Hole. Bin ja, fallen die von den Bäumen? Das kann schon sein. Die können ja auch raufklettern, also können sie auch wieder runterkommen. Ja. Wo kommt der denn her? Aus dem Wald. Ich sehe ihn aber die ganze Zeit nicht. Sack. Boah, wie stockfinster das einfach ist. Ja. Das ist ein Kotzen. Ich glaube, es ist noch dunkler in der Nacht. Ja. Also hier ist ein Zeltlager. Ach so, mir. Ganz ehrlich, es geht langsam auf den Dack hier. Da ist ein Zeltlager, ja. Ja. Oh, schon wieder, Berliner. Warte. Oh, Plantin. Geh mal weg, André. Lauf mal weg. Weg. Oh, Kochtopf. Ja. So. Haben wir jetzt die Angelegenheit geklärt, du Pisser. Oh, Zeltlager. Oh, Medizin. Oh, Medizin. Ist hier zufällig Medizin? Ach, hier ist ein Shelter, guck. Hier waren wir schon mal. Echt? Ja. Hier ist ein Speicher. Hier ist ein Koffer. Hier habt ihr auch einen Lockholder gebaut. Ja. Hier ist ein Koffer. Oh, Vorsicht. Hätte ich dich fast getroffen. Hier sind mehrere Köfferchen. Guck mal ganz kurz, habe ich zufällig, ich habe eine Medizin. Na, hier sind ein Hafenkäufer. Kann man die essen? Da sind Medis drin. Und ein Topf, Aposch. Und ein Tennisball. Ja. Ist ja nicht schlecht, ne? Hier ist ein Koffer. Dann sind wir aber in der Nähe vom Hole auf jeden Fall. Ich weiß leider gar nicht mehr so genau, wo das ist. So. Wir haben dort ein Häuschen, also es muss eins dieser Häuschen sein. Ja, dann müssen wir weiter suchen. Ich speichere hier mal zwischen. Ich traue das Sache gerade mal nicht. Ja, da hast du recht, da kann man mal machen. Oh, hier ist das Ding. Oh, hier ist das Ding. Oh, hier ist noch ein Töpf, ich habe den Topf liegen lassen. Ach, hier ist der Topf, genau. Pilze, Pilze eben speichern. So, jetzt ist die Frage, was ist hier das Glory Hole, gell? Ja, da vorne sind ja nur noch zwei Hütten, komm. Ja, dann auf geht's. Oh, ein Dachs, also ein Waschbär. Kann ich den schnappen? Na, also hier hinten ist die Hütte zur anderen Seite hin. Ah, hier ist die Glory Hole, das passt schon. Ach, da oben? Ja, wir sind gerade hier am Glory Hole. Ach so, hier, jawohl. Weil hier fehlen nämlich die Dinger, genau. Hatten wir das in der Aufnahme überhaupt gesagt, warum wir da hinwollten? Nee. Laufen wir da unten mal lang, ich laufe hier über die Brücke. Ach, hast du die Brücke? Ja, jetzt habe ich eine Brücke. Ah, siehst du? Ich hab doch letztes Mal schon gesagt, dass die wieder da ist. Ah, da gehen wir doch mal hoch. Ich krieg dem ja nicht, ich lasse dich in den Arsch. So, Brücke, super. Lauf dann nur falsch, ne? Boah ey. Hier ist kein Hole. Kein Hole. Doch, das ist da hinten gleich. Ist das ja nicht unser alter Platz mal? Ja. Aber hier ist jetzt eine riesige freie Fläche. Die war doch vorher nicht da. Was habt ihr denn hier alles schon gebaut? Das ist ja... Hier ist ein Zelt... Ach so, hier ist das Zeltlager. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Genau. Genau, da ist ja irgendwo das Glory Hole auch. Ja, Frage ist nur wo. Meint ihr dieses eine riesige Loch, wo... Ja. Ja, das ist hier hinten einfach durch. Feuer geht mir unauffällig. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Weißer. Ach stimmt, da war das. Ja, ja. Hier müsste auch irgendwo ein Sperr im Wasser stecken, oder? Da musst du aufpassen, weil hier gibt es jetzt einen Fluss. Geht hier. Da gibt es einen Fluss jetzt seit neuestem. Aha. Äh... Das stimmt. Hier war das. Recht habt ihr. Jetzt wollen wir mal beim Glory Hole gucken. Ich glaube nämlich nicht, dass sich da irgendwas geändert hat. Abgesehen von dem Wasserlauf, der hier eigentlich runterfließen sollte nachher. Ja? So ein bisschen was hat sich geändert, aber nicht so wirklich viel. Nö. Kommt auf jeden Fall noch nicht rein. Doch hier die Steine hier unten. Äh... Ja, ich hab mich festgepackt. Kleine Platte. Super. Hahaha. Fit. Ja, spitze. Kommst nicht mehr rauf? Nee, ich komm nicht mehr rauf. Sollen wir hier eine Plattform bauen? Mit Seil? Bitte, das wäre nett. Warte? Ich glaub, die kannst du hier gar nicht so dicht bauen. Mal gucken. Oh, ich bin hier auch runtergefallen. Ich komm jetzt grad so auf. Scheibenkleisteil. Ja, ich komm aber mal wieder hoch. Haha. Vielleicht kommst du auch da hinten hoch oder hängst du komplett fest? Nee, ich kann hier rumspringen, aber das hilft nicht wirklich. Bei da hinten ist auf jeden Fall ein Mülleneingang. Ja. Hier so? Ja, so die Ecke. Okay. Also wieder fleißig Bäume fällen. Ja, um einen Trainer zu retten. Guck mal, Anni, das ist gar kein Baum. Ich hoffe, dass das Seil dann zu dieser Seite runterhängt. Hast du Seile? Ich hab ein Seil, ja. Die Rettungsaktion. Da müssen wir eh einmal um das Glory Hole rundherum. Weil vielleicht auf der anderen Seite was Neues. Okay. Und sonst gehen wir auf die andere Seite von der Insel, oder? Mhm. Ich fäll mal eben paar Bäume. Mina, geh da mal weg. Bada boom. Ich hör's schon. Ja, bei mir seht ihr jetzt... Ui. Achso, fällst du Bäume. Ähm. Ja. Hat nicht geklappt? Doch, aber der Baum ist wie ne Rakete abgehoben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baumschlag. Scheiß auf Steinschlag. Baumschlag. Der Baum ist grad wie ne Rakete im Himmel abgezischt. So, zwei Stück noch. Na, ich hol die. Hab ich gleich. Das ist irgendwie ein Seil setzen, ne? Wieso ist mein Fahrzeug eigentlich immer noch an? bei mir sind noch mehr die zwei ich schaue schon mal ob ich das seil 19 sind vielleicht ist auch das die überraschung viele viele wachs wo gab es noch mal das seil ist fertig jetzt ich höre immer eine alte schreien fertig bei mir ist noch nicht fertig das ist sei aber ich kann auch nichts mehr dran bauen ist voller blut ich frage mich nicht warum die seile sind oben brauche ich noch gott sei dank keine ahnung dadurch dass das ding da steht konnte ich irgendwie hochlaufen ja jetzt muss ich noch irgendwie aus die hauten von hier unten runter hochkommen also muss man mal eben fleisch besorgen ich habe fleisch kommt schon hoch da du sau über die kante drüber springen andrena komm hier hinten hoch kommt schon jetzt spring doch was das gibt es doch nicht über die kante drüber springen durch das ding durch was man hier so ja hier rüber auf die seite hinten auf die seite ja gott sei dank hat ein scheiß ok wo wollen wir hin auf die andere seite oder ja hatten wir glaube ich gesagt jetzt kann es aufheben was wollte ich einfach mal rund umgehen ja mal gucken was aber mal gucken ob einer guckt wenn keiner gucken wir auch nicht guck mal hier ich gehe die andere richtung mal gucken ob wir uns treffen ok oh ein reh kommst du zu mir ich musste mir mal grad zwei schokoriegel schnappen wegen stamina und so naja ich merke auch hat das jetzt nicht so was ich bin verloch das wird mit sicherheit eine höhle ja und das war ein telefon und ich will noch auf die andere seite gehen der insel alles war mit viel jahre wo bist du durchgelaufen hier hinten also hier so leicht am ja warte 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 da kommt schon einer aua Echt? Ja. Außer halt die Überraschung. Vielleicht war das die Höhle, in der wir letztes Mal waren. Also die Höhle. Die unzerstörbaren Mutanten? Nee, die haben sie extra angekündigt und die Höhle schien mir jetzt nicht so neu. Nee, eigentlich nicht. Die haben sie ja auch extra angekündigt. Da kommen sie eh runter. Also für mich war das eine neue Höhle und vor allem, es ging ja noch ein Seil noch weiter runter. Ja, da waren wir nicht weitergegangen. Ob das die Überraschung ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sie haben ja extra eine neue Höhle angekündigt. Es kann ja sein, dass das die neue war. Das kann ja sein. Ja, das war vielleicht die neue Höhle, ja. Ja, aber es soll doch weitere Hinweise jetzt auf sein Verbleib von seinem Sohn geben. Wo sind diese Hinweise? Ja, deswegen will ich ja rüber auf die andere Seite der Insel, weil ich glaube, dass das weiß der neue sein könnte. Testen wir. Genau. Laufen wir denn richtig? Da hinten ist der Berg. Ach, da ja. Da hinten ist der Berg, ja. Ah, was essen. So, auf das Anhieb sehe ich jetzt noch nichts. Hab gesehen, haben wir das? Ich nutze dich in Steinhaut. Das ist eine Schildkröte, die nehme ich noch nicht. Und Regenbogen. Ich hab'n Schildkrötenpanzer. Juhu. Oh, Regenbogen. Wenn du mal weggehst. Latze. Kann ich's nicht mehr nehmen, wegen dir. Ich esse mal so'n Busch leer. Das ist eh schmeckt. Das stört immer und überall. Ja, vor allem die Schildkröte kann ich jetzt nicht mehr nehmen, jetzt krieg ich mir nichts zu trinken. Ach. Ich weiß, dass wir noch genug Sodadosen haben. Ja. Alter, das war der See mit den Krokodilen, das hier. Oh, hier ist noch ein Schiff. Das sind Fische. Man muss ja irgendein Feuer sein. André hat das noch gar nicht gesehen. Was denn? Was sagen? Nee, ich will das sehen. Naja, brauchen wir ein bisschen Glück. Oh, hier sind Fische. Musst du dich hier so'n bisschen am See rumtreiben. Aha. Bin ich gespannt. Ey, was soll das denn? Ich hab' ein. Nein, ich hab' ein. Okay, hier ist der See und dann? Ich hab' drei. Oh. Naja, also, sagen wir mal so, hier gibt's neue Tiere. Aha, Krokodile. Ja. Ja, die kenn' ich schon. Ach, die kennst du schon? Ja, die kenn' ich schon. Dann lass uns mal hier geradeaus nach hinten gehen, Richtung Berg, oder? Ja. Okay. Äh. Wo bist du denn? Der ist ja lang. Der Berg ist doch da hinten. Ja, ja. Ich geh' bloß hier hoch. Warum auch immer? Ja, um was zu sehen einfach. Aber ich find' die Grafik ist nochmal einen Tacken besser geworden. Also in Texturen. Ähm, ja. Ähm, ja. Die fahren die und sowas? Jetzt nicht unbedingt. Wär mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Und abgesiebelter Baum. War hier wieder der Pimmel-Dieter? Ja. Möglich. Oh, jetzt kommen wir wieder in die Kälte. Ja. Das ist ne Wildsau. Ich würd' ja gerne die anderen Teile von der Karte finden. Das wär' natürlich was Schönes, ne? Und auch in der Höhle teilweise. In den Höhlen verstreut. Ja. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Also ich bin jetzt oben hier. Ja. Ja, hier ist nix Schönes. Aber hier hinten geht's wieder runter. Ne Wildsau! Die ist voll gegen den Baum gelaufen. Hier wird ein geiler Ausblick auf jeden Fall. Ja. Auch immer ihr da hinten rumlauft. Ja, Mina, wo bist du denn ganz? Ich bin beim großen Berg, ihr nicht? Nee. Ähm, ja. Ach, da drüben ist Mina. Ja. Ja, ich bin voller Luh. Du müsstest bloß gleich mal, ich hab glaube ich noch Schokoriegel, oder? Ja. Wollen wir uns mal in eine kleine Hütte bauen und speichern? Was sagt ihr dazu? Das können wir dann hinten machen, wo Mina grad ist. Gut, dann gehen wir zu Mina. Ah, hier ist ganz viel Aloe Vera. Geil. Glückwunsch. Aber interessante Sachen gibt's hier auch nicht. Nicht wirklich. Dachte ihr was Neues, aber... Aber hier auf der Insel war doch auch eine Höhle. Vielleicht haben sie die erweitert. Hier sind wir auch schon mal durchgelatscht. Weiß nicht, ob du da durchgelatscht bist. Doch, ich bin nicht mehr mit gewesen. Er ist da hinten zumindest mal runtergefallen. Ah, hier ist... Hat Mina was gebaut, okay. Aber hier ist nix Neues. Nicht wirklich. Auf der Hauptinsel sein, ha? Ja, sicher. Ich sehe hier nix Neues. Nö. So, Bäumchen. Wir fällen jetzt hier nicht wie die Bäume, wie die Blöden, oder? Ne, zwei Stück reichen eigentlich. Ja. Und der fällt. Perfekt. Gut. So. So, ein Kanickel. Drei Baumstämme brauchen wir noch. Liegen noch zwei. Passt. Ich will auf den Berg hoch hier. Ich will hier hoch. Da kommst du nicht so wirklich hoch. Okay, jetzt können wir erstmal speichern. Ah, speichern. So, speichern wir eben. Aber ich würde auch sagen, wir müssten jetzt eigentlich mal eine Pause machen. Wir haben leider die Überraschung nicht gefunden. Ne, beim nächsten Mal. Guten Morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Tschüss. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschau.